Yo, es geht um meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute mal ein ganz kurioses Video oder ein Best-of vom gestrigen Stream. Ich glaube, das haben nicht mal so viele mitbekommen. Ihr seht, jeden Tag gibt es von EA neue Special-Packs in den Shop. Wir kriegen jeden Tag 125k-Packs. Wir kriegen diesen Pack, wo ein Draft-Token bekommen und ein Libri-Icon für 10 Spiele bekommen. Und wir haben gestern ein Pack bekommen, das habe ich noch nie gesehen. Das war, glaube ich, ein Wundertüten-Pack mit einem 83-Plus-Spieler, glaube ich. Und ja, viele wurden dann neugierig, auch ich. Ich habe auch einen für den Content geöffnet und elf andere haben es auch gemacht. Wir hätten sogar noch mehr zusammen als Community geöffnet, aber die waren beide, glaube ich, einmal um 10 Uhr und einmal um 11 Uhr nach 10 Minuten weg. 30.000 Packs nach 10 Minuten weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Pack, dieses Wundertüten-Pack, nochmal die Tage oder die Wochen hier reinkommt. Und falls ihr euch fragt, ob es sich lohnt, dieses Pack für 110.000 Münzen zu öffnen, guckt euch gleich die 12 Packs an, hört euch mein Fazit an und entscheidet selber. Das war, glaube ich, das dreisteste Pack, was man je gesehen hat von EA Sports. Aber seht selbst. Viel Spaß mit dem Video. Was gibt es denn für neue Packs? Was ist das denn? What the fuck? Das ist ein Neu-Chat. What is that? Er enthält ein Spiel aus OTW, Rules Breaker, Numbers Up, Team for the Groups oder Top-Snow-Zugänge. What? What is that? Das ist neu. Open One for Content? Open One for Content? Ich will gucken, was da drin ist, ey. 32 Prozent, dass man einen Goldspieler aus 7, 8 Plus bekommt. Achso, das ist ja der eine Dings wahrscheinlich. Der 100.000, Digga, Junge, ihr Wichser. Ihr Wichser, Junge. Ich mach 100.000 Verlust wegen euch, Bastard. Ist safe, Digga. Okay, ein für den Content, aber das war's. Digga, ich mach's auf jeden Fall los wegen euch, Bastard. Alle 110.000, ein, man. Okay, ein für den Content. Nein. Corona, das ist nix wert. Fuck you guys, man. Fuck you guys. Ich hab so ein Minus gemacht. Fuck you guys. Oh mein Gott. Oh, da ist ja gar nichts drin. Was, da ist ja gar nichts drin. What? Das sind nur zwei Spieler drin. Ich hab 70.000 verloren, glaub ich. Ja, ich hab 70.000 einfach verloren. Okay, wer will Coins verlieren? Wer will Coins verlieren, Chat? Wer will von euch Coins verlieren? Siehst du? Sag, wenn du siehst, ne? Ich seh. Okay, auf, was 110.000 für uns, Chat. Scheiße, ey. Sorry. Oh. Ist das? Ist das? Nein. Oh mein Gott. Ah, perfekt, Digga. Oh nein. Digga, 70.000 weg. 80.000 weg. Chat. Ey, Bro, das kann ich mir nicht geben. Ich mach noch eins. Lava, doch keine Scheiße, ey. Ich mach noch eins. Scheiß, Bro. Das ist nix noch Levelabzocke. In Form? Warte mal. Äh. Äh. Was ist das? Wie in Form? Was für ne Scheiße, Dinger. What the fuck, Junge. Fucking EA Sports. What? Ach so, das ist auch scheiße, oder nicht? Oh, die. Ist das scheiße, du. Ey, du hast gerade einfach, du hast einfach gerade 150.000 weggeschmissen. In zwei Packs, Alter. Ich hatte davor 1,2 Millionen. What the fuck? Siehst du? Ja, ich seh alles. Nie Glück. Ey, komm. Oh, mein Gott. Jetzt komm. Ach. Wer ist er denn? Och. Ey, ich schwör, das ist die größte Abzocke, die ich je gesehen habe. Oh. Du hast, glaub ich, einfach... Ey, du hast 100.000 verloren. Wie kostet der? Er hat einfach 100.000 Münzen verloren, Chat. Er hat 100.000 Münzen verloren, Chat. Alter. Der hat einfach 100.000 Münzen verloren. What the fuck? Fuck. Aber es gibt halt so Idioten wie ich oder ihr. Die sind einfach interessiert, so. Was ist das? Da machst du auf und da ist scheiße drin. 110.000, Digga. EA hat wieder einen neuen Weg gefunden, wie man Leute abzieht. Was ist das denn? Ach du scheiße. Oh, mein Gott. Alter, EA sind solche Bastarde, ich schwör's dir. Ah. Oh, mein Gott. Eins noch, komm. Ey, wie du Bock hast, ich würde es eigentlich nicht machen. Sind da mal noch eins? Oh, mein Gott. Ja. Ja, das könnte was gut sein. Ja, das ist... Oh, mein Gott. Der ist auch nicht so, glaube ich. Der ist... Oh, mein Gott. Nein, oder? Sag mir deswegen sind 80.000. Oh. Warten wir? Ja. 100k wert? 100k? Ey, der hat Plus gemacht, Digga. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder ist geschehen. Er hat 100k gemacht. Kann ich aufmachen? Ja, mach, mach. Ich bin drin, ich bin drin. Boah, er ist noch geschafft. Boah, komm schon. Ey, das sind deine letzten Coins, Chat. Ja, ist scheißegal. Nein, der hat die G. Oh, das ist sogar... Wie, um den Coins? Äh, 200k? Ey, das ist nicht schlecht. Oder Plus, Minus, Null gemacht? Ich glaube, das hat Plus gemacht. Ah. Ich glaube, das hat sogar... Ne, das ist Plus, Minus, Null, Chat, ne? Plus, Minus, Null, glaube ich. Ja, das holen hat irgendwas wert. Glück gehabt, ne? Vielleicht noch ein bisschen was wert, die hier. Oh, stimmt, die sind ja gestiegen, ne? Oh, und vielleicht hat er sogar 10, 20,000... Ey, der hat ein Plus-Pack geschafft. Digga, eigentlich unmöglich, aber er hat noch ein Plus-Pack draus geschafft. Warum kriegt man eh wieder geile Greenbox? Das stimmt auch. Okay, viel Glück, Bruder. Ich mach... Komm, jetzt. Ich fixe. Jetzt, komm. Jetzt, dünn, 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 dünn. Ach, du! Hä? Warte mal, das geht doch gar nicht. Was ist das? Ach, du Scheiße. Jetzt ist vorbei. Digga. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es echt vorbei, Chat. Jetzt ist es vorbei, Digga. Das ist doch Abstoß. Das ist Abstoß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist Abstoß. Alter, willst du mich verarschen, ihr, ey? Was ist das? Okay, für den Content. Für den Spaß, Kappa. 110.000. Das ist auch so wirklich Skandal. Dieser Preis. 110.000 einfach. Sind zwei Spieler drin. Oh, das ist gut. Oha. Ist okay. Ist okay, Leute. Oh, ist so ein... Wumma. Ist, glaube ich, nicht mal so schlecht, Chat. Wenn er 100k kostet. Oha. Wie kostet der? Oh, warte mal. Ey, warte mal. Wie viel hast du gemacht? Sag mal. 140.000. 140.000. Ey, das ist das beste Pack heute. Digga, du hast einfach 300k gemacht gerade. Ja, einfach gewinnen. Ja, kannst du doch noch eins machen. Aber mit gewinnen kannst du doch noch einen open. One for the content. Du hast doch jetzt schon gewinnen gemacht. Ja, komm. One for the content, man. Du bist schon ein big win. Selbst wenn du jetzt nichts siehst, hast du trotzdem gewinnen gemacht. Das hat 300k rausgeholt. One more for the content, Chat. One more for the content. One more for the content. Don't go. Was ist das denn? Oh mein Gott. Das ist... Oh man, der ist nix wert. Der ist nix wert. Scheiß. Das ist klar oder so. Nein. Egal, du hast trotzdem plus gemacht, glaube ich. Ja, okay, das ist wieder absolut bosenlos, das... Oh mein Gott. Aber ja, dann viel Glück. Ja, ich würde vielleicht noch Upamecano verkaufen dann. Nee, mach das nicht. Also musst du nicht mal. Mach lieber nicht. Aber wenn du... Ja, vielleicht wenn das Plus ist, hier rauskommende, kannst du ja überlegen. Komm, gönn was. Ach, Corona. Oh mein Gott, Corona. Digga. Äh, das Jungs. Don't do that shit. Das ist wirklich Skandal eigentlich, wie schlecht die Packs sind. Dass auch nur zwei Spieler drin sind, ist auch richtig Skandal, finde ich. Schade. Wir sind auch noch eins zu öffnen. Ja. Okay, Chat. Äh, kannst du... Ja, was sollst du sagen? Äh, kannst du danach kurz Team bewerten. Können wir machen, können wir machen. Okay, riskiert auch nochmal 110.000, Chat. Das dümmste Pack, was man eigentlich in FIFA-Geschichte öffnet. Oh, warte. Unless... Nee, Daily. Ach, du Scheiße. Ich dachte jetzt irgendwas krasses. Ach, du Scheiße, Chat. Good luck, man. Das ist wirklich... Das ist Casino. Sein Urgroßvater eigentlich, was sie hier machen. Er geht rein, Chat. Er geht rein. Das gibt ihm jetzt... Die da, Daily. Nee, wer ist das denn? Oh, Rice. Der ist 40k, glaube ich, wert. Wenigstens ist der 40k, glaube ich, wert. Das heißt, er macht... So traurig das klingt, er macht nur... 50.000 Verlust. That's sad, man. That's actually sad. That's sad, man. That's fucking... Du ziehst einen 40k-Spieler Und you still lose 70.000. Fucking sad, man. Die sind echt weg. Ihr müsst euch das mal geben, Chat. Ihr müsst euch das mal geben. 30.000. Eben. Und jetzt auch nochmal 30.000. Innerhalb von 10 bis 15 Minuten sind die weg. Ihr müsst euch mal geben, wie dumm die Fevercube die eigentlich ist und wie 30 EA ist. Das ist eigentlich geistesgestört, gerade was hierüber passiert ist mit den Packs. In 10 Minuten sind 30.000 Abzocker-Packs einfach vom Markt gegangen, weil die Leute einfach Casino lieben. Die lieben dieses Zocken einfach. Auch wenn die wissen, zu 90% machst du Verlust und nur zu 10% machst du Gewinn, die Leute gehen trotzdem das Risiko ein. Und deswegen funktioniert auch Casino in real life so gut. Die Leute wissen ganz genau, du gehst jetzt in die Spiele rein und zu 90% gehst du mit leeren Taschen raus und vielleicht einmal von 10 Fällen gehst du mit bisschen Plus da raus. Und trotzdem gehen die Leute rein und die spielen. It's crazy, man. It's crazy, wie einfach das funktioniert. Wie einfach man Leute einfach... wie man Cash machen kann mit den Leuten. It's crazy eigentlich.